Ich ging ins Prüfungszimmer und da saß er, der Spanischmann. Hola, hola. Da hat er mich von oben bis unten gemustert und gesagt, sag mal, hast du hier studiert? Ich kenne dich überhaupt nicht. Ich habe gesagt, si, si, studiore. Was sich so ungefähr übersetzen lässt mit, doch, doch, studiere. Kurze Pause. Dann die Frage, bei wem denn? Äh, Victoria und Andere. Stirnrunzen. Sehr langes Stirnrunzen und viel zu weit aufgerissene Augen.